Hallo und willkommen zu unserer Kurzguide zur Nebenmission 13 in Dragon Quest 11 der Schatten. Diesen können wir annehmen, nachdem wir das MMA-Turnier in Zwistambul gewonnen haben und nach den Ereignissen unter Zwistambul. Dazu gehen wir einfach vor das Waisenhaus und finden dort diesen Jungen, bei dem wir den Quest annehmen können. Und unser Ziel ist, für den kleinen Jungen ein Autogramm vom Kämpfer der Schatten zu bekommen. Um diese Quest zu lösen, gehen wir ganz einfach wieder in den Teil von Zwistambul, in der auch die Arena liegt. Wir gehen von der Kirchenstatue aus, die Treppe hoch, hier den Vorsprung hoch, einmal hinten quer rüber. Und dort steht auch schon der gesuchte Kämpfer, der uns das Autogramm gibt. Und das bringen wir jetzt dem kleinen Jungen. Wir geben dem Jungen vom Waisenhaus das Autogramm. Und bekommen als Belohnung von ihm eine Mini-Medaille. Und damit ist Nebenquest 13 in Dragon Quest 11 abgeschlossen. Und zwar careful daher. Komma form wieder auf. Und zwar tanignant. Und zwar auch Solo aber benutzt ja, dasطometer ist. Aber ist einorama Moment fertig.